Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Moritz Hessel, ich bin Portfolio-Manager und im heutigen Video gehen wir der Frage auf den Grund, ob es sich bei Dividendenaktien um ein passives Einkommen oder doch verschenktes Geld handelt. In diesem Video geht es um die Vor- und Nachteile der Dividendenstrategie, wieso ich persönlich eigentlich kein Freund der Dividendenstrategie bin und am Ende verrate ich euch trotzdem meine Top 6 Dividendenaktien derzeit. Zunächst einmal müssen wir uns fragen, welche Möglichkeiten haben denn Unternehmen überhaupt für den Einsatz von ihrem erwirtschafteten Kapital? Möglichkeit 1 ist die Investition in den bestehenden Betrieb, Möglichkeit 2 die Übernahme von anderen Unternehmen, Möglichkeit 3 die Ausschüttung von einer Dividende, Möglichkeit 4 die Tilgung von Schulden oder, und das verrate ich euch, meine ganz bevorzugte Variante, das Aktienrückkaufprogramm. Die Dividendenstrategie ist insbesondere in Deutschland sehr verbreitet. Man liest sehr viel über passives Einkommen und Dividendenaktien und jeden Monat so und so viel Dividende. Deswegen haben wir auch Thumbnail und Titel ein bisschen reißerischer gemacht, aber keine Sorge, wir sorgen hier auch für Qualität. Deswegen möchten wir uns zunächst einmal damit beschäftigen, wieso die Dividende denn so, ja, so verlockend ist. Es ist ein ganz normales menschliches Grundbedürfnis, dass man kurzfristige Belohnungen der langfristigen Belohnungen immer bevorzugt. Und da man planbarere oder scheinbar planbarere Einkünfte hat, durch die quartalsweise, jährliche oder teilweise sogar monatliche Dividende, die Unternehmen zahlen, ist es ja nachvollziehbar, dass man sieht, okay, ich bekomme an dem Tag meine Dividende, das ist meine Belohnung. Zudem hat man auch scheinbar planbarere Einnahmen. Ein Unternehmen ist zwar nicht verpflichtet, die Dividende zu bezahlen, es gibt aber auch die sogenannten Dividenden-Aristokraten, die seit mehr als 25 Jahren in Folge eine Dividende bezahlen. Und Stand jetzt, Oktober 2022, gibt es davon 131 Unternehmen weltweit. Als was definiere ich denn überhaupt eine Dividendenaktie erstmal? Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die eine Dividende bezahlen. Und die Spanne geht sehr weit auseinander, von 0, irgendwas bis teilweise zweistellige Dividendenrenditen. Für mich ist ganz wichtig, um ein Unternehmen als Zinssubstitut zu sehen, dass eine Dividende von größer 4% bezahlt wird. Außerdem ist wichtig, dass die Unternehmen ihre Dividende mindestens in Höhe der Inflationsrate steigern können. Da gibt es uneinige Statistiken darüber, aber wenn man mal auf ganz Nummer sichern gehen will und man rechnet mit einer langfristigen Inflationsrate von 4%, heißt das also, dass das Unternehmen seine Dividende jährlich um mindestens 4% erhöhen oder steigern sollte. Andernfalls werden die Gewinne früher oder später von der Inflation aufgefressen und die Unternehmen benötigen dann das zusätzliche Kapital, wieso sie dann die Dividendenrendite sinken müssen und dann also auch für uns Aktionäre die Dividendenrendite geringer ausfällt. Ganz vorsichtig muss man auch sein, bei Aktien, die eine Dividendenrendite von über 10% haben oder die zweistellige Dividendenrenditen haben. Das liegt oftmals nur daran, dass der Kurs einfach sehr, sehr stark gefallen ist. Und wenn man sich dann die aktuelle Dividendenrendite anschaut, dann sieht die oftmals sehr hoch aus. Aber das liegt dann teilweise auch daran, wie jetzt, wenn Unternehmen 60, 70, 80% gefallen sind, die dann die Dividenden überhaupt gar nicht bezahlen können. Deswegen ist ganz wichtig, wenn ihr euch für Dividendenaktien interessiert, schaut euch die letzten Krisen an, schaut euch an, wie hat das Unternehmen in Corona mit seiner Dividendenpolitik verfahren, wie hat das in der Subprime-Krise verfahren und im neuen Markt. Also immer mal die letzten wirklich richtigen Einbrüche anschauen und da sieht man dann, wie qualitativ ein Unternehmen seine Dividendenpolitik fortführen kann. Zunächst einmal möchte ich aber verstehen, wie wichtig ist denn die Dividende überhaupt für die Gesamtperformance über die letzten Jahrzehnte. Dafür schauen wir uns einmal das folgende Schaubild an. Wir sehen hier den Anteil der Dividende an der Gesamtrendite zum S&P 500, also dem amerikanischen Index, wo die größten 500 amerikanischen Unternehmen aufzufinden sind, mit und ohne Dividende. Wenn wir jetzt mal den Zeitraum seit 1930 bis 2020 betrachten, dann sehen wir, dass die Dividenden in der Zeit für 40% der Gesamtperformance verantwortlich waren. Wir sehen aber auch, dass in den letzten 10 Jahren, in den 10er Jahren, wo Wachstumstitel durch die Geldflutmanie der Notenbanken so stark beflügelt waren, Dividendenrenditen lediglich ein Gesamtergebnis von 17% beigetragen haben zur Performance. Spannend ist aber die 1970er Jahre, weil da haben wir eine ähnliche Phase, von 1966 bis 1982, diese Stagflationsphase, da haben Dividenden einen Anteil von 73% zur Gesamtperformance beigetragen. Deswegen kann man auch sagen, richtig ideal ist die Dividendenstrategie eigentlich in Seitwärtsmarkten. Denn in sehr, sehr stark steigenden Märkten habe ich oftmals das Wachstumstitel sehr gut laufen und Dividendentitel, ja, wenn man sich jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, waren das immer so die Langweiler, die Underperformer, aber alles hat seine Zeit. Es gibt aber auch eine Alternative zur Dividendenrendite. Und zwar, die 4%-Regel besagt ja, dass man jährlich 4% seiner Aktien verkaufen kann und trotzdem nicht weniger Wertbestand hat. Also wenn Anleger jetzt andere Unternehmen im Portfolio haben, kann man auch sagen, ich verkaufe jedes Jahr Prozentsatz X meines Portfolios, ziehe mir darüber quasi meine Dividende, ohne direkt eine Dividende zu erhalten. Die 4%-Regel ist zwar nicht wissenschaftlich komplett belegt, ja, da gibt es auch verschiedene Theorien darüber, aber die Gewissheit habt ihr ja bei der Dividende auch nicht. Zudem muss man auch unterscheiden, in welcher Phase als Investor befinde ich mich eigentlich. In meinem Lebensabschnitt befinde ich mich jetzt noch in der Ansparphase. Das heißt, ich habe sowieso genug Liquidität über, ja, und möchte eigentlich so viel wie möglich meines Geldes anlegen. Und das geht ja den meisten jungen Sparern in der Ansparphase so. Deswegen muss man sich überlegen, was mache ich dann mit dem zusätzlich erwirtschafteten Geld, was ich immer aus der Dividende rausbekomme. Ich kann das natürlich neu anlegen, aber welchen eklatanten Nachteil das hat, das sehen wir gleich. Ich finde Dividendenaktien vor allem spannend für Leute, die in der Ansparphase sind, ja, also die ihr Kapital über ihr Leben angespart haben und jetzt für den Rest ihres Lebens eine monatliche Auszahlung davon haben möchten. Für alle, die sich aber jetzt schon mit der Dividendenrendite belohnen möchten, ab 2023 soll der Steuerfreibetrag ja auf 1000 Euro pro Person steigen. Ist natürlich nicht sonderlich viel, aber zumindest könnte man dann schon mal sagen, okay, ich packe mir einen Teil meines Dividendenportfolios so zusammen, dass die Dividenden diesen 1000 Euro Freibetrag voll ausschöpfen. Ich habe ja zu Beginn des Videos schon gesagt, dass mein bevorzugter Kapitaleinsatz von einem Unternehmen Aktienrückkäufe so deutlich unter innerem Wert handeln. Dazu gibt es auch ein Zitat von Charlie Munger, der seit mehr als 50 Jahren gemeinsam mit Warren Buffett Berkshire Hathaway leitet und das sagt, pay attention to the cannibals. Was ist denn mit cannibals gemeint? Also zu deutsch kannibalen und wenn man sich das mal anschaut, Unternehmen, die fleißig Aktienrückkäufe betreiben, sehen wir einmal am folgenden Schaubild. Und zwar sehen wir hier über einen 10-Jahres-Zeitraum verschiedene Unternehmen aufgelistet und inwieweit diese ihre Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert haben. Ja, da sind bekannte Unternehmen aufgelistet, die man kennt, manche, die man auch weniger kennt und wir sehen hier, dass teilweise bis über 50% der ausstehenden Aktien in einem 10-Jahres-Zeitraum zurückgekauft wurden. Es gibt auch ein sehr bekanntes Buch, Die Outsiders, ist auch eines der Lieblingsbücher von Warren Buffett, wo er über einen CEO von Teledyne, heißt die Firma, glaube ich, berichtet, der in diesen Phasen, in diesen 70er Jahren bis zu 90% seiner eigenen Aktien zurückgekauft hat und wir sehen hier an dem 10-Jahres-Durchschnitt, wie sich das auf die Gesamtperformance auswirkt. Das sind alles Aktien, die eine Gesamtrendite zwischen 20 und 35% Rendite aufgewiesen haben pro Jahr. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das Unternehmen sind, die über einen sehr breiten Burggraben verfügen, bei denen aber die Möglichkeit ausgeschöpft ist, in neue Projekte zu investieren. Wir sehen hier zum Beispiel einmal FICO. FICO ist die amerikanische Schufa. FICO hat jetzt natürlich dieses Schufa-System und das erwirtschaftet eine Menge Cash, weil es ist ein automatisches Scoring-System. Die Arbeit ist da getan. Der Algorithmus ist größtenteils schon 20, 30 Jahre alt. Er wirtschaftet sehr viel Cash, mit dem es aber nicht in neue Geschäftsbereiche gehen kann. Es sei denn, es würde jetzt artfremde Geschäfte machen. Und deswegen kaufen die einfach sehr, sehr fleißig eigene Aktien zurück. Aber Aktienrückkäufe sind nicht immer gut. Wir hatten in den letzten, insbesondere in den letzten 5 Jahren, haben Aktienrückkäufe, das was die Dividende eigentlich ursprünglich beigetragen hat, haben Aktienrückkäufe beigetragen zur Gesamtperformance. Also so grob 40%. Das Problem dabei war aber, dass die Aktienrückkäufe deutlich über dem inneren Wert stattgefunden haben. Und das ist katastrophal, weil diese Reserven sollten genutzt werden, wenn ein Unternehmen in einer Schwächephase ist oder wie jetzt der Markt jegliche Unternehmen massiv abstraft, dass dann fleißig Aktien zurückgekauft werden können. Wir haben ja schon gesehen im letzten Video, Prosos als Beispiel, die fleißig Aktien unter innerem Wert zurückkaufen und die kaufen jetzt Aktien zurück. Die haben nicht bei über 100 Euro angefangen, fleißig Aktien zurückzukaufen, sondern bei unter 50 jetzt. Und da ist es auch Sinn und Zweck. Der Aktienrückkauf hat auch für uns Anleger einen ganz eklatanten Vorteil. Und zwar, wenn die Dividende ausgeschüttet wird, jährlich oder mehrmals jährlich, zahlen wir als Anleger jedes Mal die Kapitalertragssteuer drauf. Also 25% gehen jedes Mal erstmal weg. Wenn wir Unternehmen im Portfolio haben, die Aktienrückkäufe machen, dann zahlen wir nur einmalig Steuern darauf, wenn wir das Unternehmen verkaufen. Und da wir bestenfalls Unternehmen über eine sehr, sehr lange Zeit halten, um von der maximalen Wertschöpfung zu profitieren, können wir so den vollen Zinseszinseffekt mitnehmen. Denn ob ein Anleger über 30 Jahre 10 oder 12% Rendite pro Jahr erwirtschaftet, also nur die 2% Unterschied, ist am Ende der Laufleistung fast das Doppelte an Rendite. Deswegen zahle ich nicht so gerne auf meine Dividendensteuern, sondern ich möchte Unternehmen, die fleißig Aktien zurückkaufen. Und wenn ich dann davon überzeugt bin, dass das Unternehmen nicht mehr länger meinen Anforderungen entspricht und ich es verkaufe, dann zahle ich nur einmalig Steuern darauf. Aber ich habe nicht jedes Mal diese Unterbrechung des Zinseszinseffekts. Kommt aber natürlich darauf an, in welcher Lebensphase ihr euch gerade befindet. Zudem muss man eins noch beachten. Was ist denn besser, als eine Dividende auszuschütten? Wenn wir uns mal Aktien angucken, wie zum Beispiel E.ON. E.ON hat eine Kapitalrendite von 5% und zahlt eine Dividendenrendite von ungefähr 5%. Auf Sicht von 10 Jahren ist der E.ON-Chart relativ geradlinig. Das liegt daran, ja, man erwirtschaftet 5%, man gibt wieder diese 5% aus, also in der Summe ein Nullsummenspiel. Besser ist aber, wenn wir Unternehmen haben, die eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital, der sogenannte AOIC, erwirtschaften. Also wie viel kann das Unternehmen mit neuen Projekten verdienen und wie viel von dem Geld kann es dann wieder reinvestieren? Wenn wir einen hohen AOIC haben, mal einer hohen Reinvestitionsrate, ergibt sich für uns eine hohe inkrementelle Kapitalrendite. Und je höher diese Kapitalrendite ist, umso mehr sollte das Unternehmen natürlich wieder in den Betrieb seines eigenen Unternehmens stecken. Bestes Beispiel dafür ist Amazon, ja. Amazon schüttet kaum Geld aus, Amazon kauft aber auch kaum Aktien zurück. Amazon nimmt von seinem erwirtschafteten Geld und reinvestiert so viel wie davon geht wieder in den Geschäftsbetrieb, um in neue Märkte, in neue Produkte, zum Beispiel wie damals AWS Cloud oder viele andere Bereiche. Nun aber wie versprochen zu meinen Top 6 Dividendenaktien. Wir haben jetzt ein paar negative Dinge über die Dividende gehört, aber das soll jetzt nicht abschreckend sein. Ich würde nicht ausschließlich die Dividendenstrategie verfolgen, also nur in Dividendentitel investieren, in einem sehr, sehr jungen Alter oder auch in einem mittleren Alter nicht, sondern wenn man Dividendentitel mag, kann man das als Teil des Portfolio-Mixes betrachten und dafür zeige ich euch erstmal meine Auswahlkriterien. Also, wir brauchen ein Unternehmen mit einem einfach vorhersehbaren, Free Cashflow generierenden Modell. Also Free Cashflow ist das, was wirklich hängen bleibt, das Blut in den Adern des Unternehmens und das soll möglichst prognostizierbar sein. Auch da wieder, schaut euch die letzten Krisen an, wie oft wurde die Dividende ausgesetzt, wie viele Jahre in Folge wurde sie gesteigert, wurde sie mal gekürzt und so weiter. Dann brauchen wir natürlich ein gutes Management. Ich habe ja schon sehr oft gesagt, Kapitalallokatoren sind wichtig. Wir haben am Anfang gesehen, welchen Einsatz für den CEO es gibt, Geld zu verwenden, blenden wir nochmal kurz hier ein. Aber der Unternehmenslenker ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn wir einen CEO haben, der ein paar Jahre an der Konzernspitze verbringt, kann der das Bild einer Firma komplett verändern. Aber auch da würde ich sagen, nehmt einfache Geschäftsmodelle. Der beste CEO bei einer Airline kann zwar einen guten Job machen, aber eine Airline wird niemals die Kapitalrenditen haben, wie es zum Beispiel Louis Vuitton hat. Für Louis Vuitton ist der Einsatz von Kapital aber auch wichtig. Wenn man jetzt einen CEO hätte, der sagen würde, okay, wir geben jetzt die Produkte in Sale, wir geben die in irgendwelche Outlets, könnte man so eine Marke auch innerhalb von ein paar Jahren ruinieren. Deswegen, egal welches Unternehmen es ist, das Management ist immer wichtig. Aber es ist bei einfach vorhersehbaren Geschäftsmodellen nicht so wichtig wie bei sehr zyklischen Geschäftsmodellen beispielsweise. Dann brauchen wir natürlich Unternehmen, die aktuell auch attraktiv bewertet sind, die nicht sehr abhängig sind von extrinsischen Faktoren wie Rohstoffkosten, Ölpreise, was macht der Dollar. Also natürlich ist jedes Unternehmen davon betroffen, aber es gibt eine ganz, ganz große Abhängigkeit davon. Für eine Airline zum Beispiel ist der Ölpreis sehr, sehr entscheidend beziehungsweise der Kerosinpreis. Für andere Unternehmen, beispielsweise jetzt wieder Louis Vuitton, ist es nicht so relevant. Die finde ich aber derzeit nicht so attraktiv bewertet. Deswegen schauen wir uns andere Unternehmen an. Wichtig ebenfalls, hohe Markteintrittsbarrieren, also ein breiter Burggraben. Bei meinen Top 6 Dividendenaktien haben wir aktuell eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,65% bei einem Payout Ratio von 79%, also der Ausschüttungsquote. Also das Unternehmen hat 100 Euro Gewinn erwirtschaftet und es schüttet jetzt davon 79 aus. Dann haben wir eine Ausschüttungsquote von 79. Mein erstes Unternehmen ist Restaurant Brands, ein kanadischer Restaurantbetreiber. Werden jetzt vielleicht die meisten nicht auf den ersten Blick erkennen, doch ihr kennt es alle, denn es handelt sich dabei um den Betreiber der Burger King Filialen. Das Unternehmen gibt es natürlich schon lange, also Burger King gibt es schon sehr, sehr lange, aber in diesem Konglomerat, weil da sind auch andere Restaurantketten mit enthalten, gibt es das Unternehmen erst seit 2014 aus einer Fusion mit Burger King und Tim Hortons, das ist ja nicht so bekannt, sondern eher in Nordamerika. Wir sehen aktuell eine Dividendenrendite von 4,2% bei einem Payout Ratio von 80%. Zudem ist die Burger King Aktie meiner Meinung nach auch unterbewertet. Wie immer gilt, macht euren eigenen Research bitte, schaut euch das Unternehmen selber an, schaut, was ihr dabei positiv und negativ findet. Meiner Meinung nach ist das Unternehmen neben der attraktiven Dividendenrendite auch unterbewertet. Mein zweites Unternehmen, was ich mitgebracht habe, werdet ihr alle kennen, es handelt sich dabei um die Deutsche Telekom. Ja, das Schreckgespenst bei vielen Anlegern noch aus der neuen Marktzeit, doch man muss sagen, die Telekom ist heute ein anderes Unternehmen als damals. Die Deutsche Telekom zahlt aktuell eine Dividendenrendite von 3,6% bei einer Ausschüttungsquote von lediglich 47%, was sehr gesund ist, weil das heißt, man könnte die Dividende auch erhöhen und ich hatte ja ursprünglich gesagt, ich möchte eigentlich nur Dividendenaktien, die mehr als 4% abwerfen. Wenn das Payout Ratio aber bei unter 50% liegt, kann man da auch mal ein Auge zudrücken. Und zudem kommt, dass die Deutsche Telekom einen sehr großen Anteil an der US-Tochter T-Mobile US hält und wenn man hier eine Sum of the Parts Bewertung vornimmt, können wir auch mal ein separates Video zumachen, wenn euch das interessiert, dann ist die Telekom meiner Meinung nach auch aktuell deutlich unterbewertet. Dafür nehme ich dann auch gerne meine Dividendenrendite von kleiner 4% in Kauf. Denn die Deutsche Telekom ist mit über 240 Millionen Kunden weltweit mittlerweile eines der größten Telekommunikationsanbieter der Welt. Das nächste Unternehmen wird auch allen bekannt sein, es handelt sich um den größten deutschen Versicherer und auch eines der größten Versicherer weltweit, und zwar die Allianz. Bei der Allianz erhalten wir aktuell eine Dividendenrendite von 6,5%. Beim Payout Ratio letztes Jahr lag das bei über 100%. Das hat aber ein paar Sondereffekte. In der Regel schafft es die Allianz deutlich unter 100% des Payout Ratio zu haben. Und wie gesagt, wir sehen hier auch am Chart, am Dividenden-Chart, was sehr spannend ist, dass wir eine aktuelle Dividendenrendite von 6,6% haben. Und wenn wir mal sehen, ja, wir sehen in nervösen Phasen, beispielsweise Corona-Crash oder in der aktuellen Phase oder auch 2008, war die Dividendenrendite sehr hoch. 2008, muss man fairerweise dazu sagen, wurde die Dividende auch mal ausgesetzt, aber da hatten wir eine globale Banken- und auch Versichererkrise, wovon die Allianz natürlich sehr hart getroffen war. Ich gehe in der aktuellen Marktphase nicht davon aus, dass es die Allianz so hart treffen wird wie damals und dass man eine Dividende zahlen kann. Man muss aber bei allen Unternehmen dazu sagen, es kann natürlich sein, dass die Dividende gekürzt wird, denn als Anleger haben wir keinen Anspruch auf die Dividende. Das Unternehmen kann die Dividende, hat zwar eine Dividendenpolitik nach außen, aber kann natürlich die Dividende auch kürzen, wenn es mag. Ein weiteres Unternehmen, was ich auch gerade sehr spannend finde, ist die Vielmann AG. Die Vielmann AG ist eines der größten Optiker-Ketten Europas, sehr profitabel. Der Kurs wurde richtig niedergeknüppelt, weil es hier Margendruck und Warnungen gab und Kursziele gesenkt worden sind und alles drum und dran. Aber auf aktuellem Niveau finde ich die Vielmann-Aktie wirklich sehr spannend, denn wir haben hier einen Top-Burgraben. In vielen Ländern, vor allem in den skandinavischen Ländern, sind bereits über 90% der Läden-Optiker-Geschäfte. In Deutschland sind es gerade mal so 70%. Und in Ländern, in die Vielmann gerade expandiert, wie zum Beispiel Spanien und Italien, sind es deutlich unter 50%. Und die Filialisierung wird sich durchsetzen, weil am Ende entscheiden wir neben dem Service auch alle neben dem Preis. Und wenn ich woanders 30% weniger für eine Brille bezahle und ich diese enormen Skaleneffekte habe, die Vielmann hat, je mehr Gläser eingekauft werden in China oder sonst wo, umso günstiger wird es natürlich. Daher erhalten wir auch eine aktuelle Dividendenrendite von um die 4,5% bei einem Payout-Ratio von 76%. Abgesehen davon finde ich auch der neue CEO von Vielmann, der Marc Vielmann, der Unternehmenserbe, es wird ja oft negativ über Erben berichtet und dass sie die Unternehmen gegen die Wand fahren, macht da doch einen sehr guten Job. Und ich glaube an die langfristige Erholung des Unternehmens, auch wenn es derzeit natürlich noch weiter runtergehen kann. Deswegen kann man auch bei allen Unternehmen dazu sagen, wenn ihr die interessant findet, man muss nicht immer direkt All-In gehen. Wir haben jetzt wirklich schon eine sehr, sehr spannende Marktphase. Wir haben jetzt vom Hoch um die 25% verloren, im Nasdaq teilweise noch mehr. Man kann jetzt auch mal über die nächsten 18 bis 24 Monate einen Sparplan aufsetzen. Historisch gesehen gehen Bärenmärkte eigentlich 40%. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte des Weges gesehen. 2008 waren es glaube ich 46%. Aber wie gesagt, nehmt da den Cost-Average-Effekt mit, macht Sparpläne und verschießt nicht direkt auf einmal das Pulver, wenn ihr Long-Only-Investoren seid. Wenn ihr die Unternehmen eh hedgt über irgendwelche Shorts oder Absicherungen, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. So kommen wir zu den letzten beiden Unternehmen. Mir war auch wichtig, dass wir hier eine Diversifikation haben. Ich würde jetzt in der aktuellen Phase, insbesondere in der doch angespannten Phase, die wir in Deutschland gerade haben, jetzt nicht nur sechs deutsche Dividendentitel kaufen, weil da ist einfach das Klumpenrisiko viel zu hoch. Deswegen habe ich geschaut, dass wir da global ein bisschen verteilt sind und auch, klar, eine Allianz ist ein deutsches Unternehmen, aber eine Allianz ist auch der größte Prämien-Einnehmer Europas und auch weltweit vertreten. Die haben sogar mittlerweile eine Lizenz, um ein China-Geschäft zu machen, was wirklich nicht so einfach ist. Also nächstes Unternehmen, die Unilever. Geht mal durch den Supermarkt, wenn ihr das Unternehmen nicht kennt. Ich würde sagen, bei jedem fünften Produkt, was ihr umdreht, steht hinten drauf Unilever. Unilever ist ein britisches Unternehmen. Wir haben auch hier aktuell eine Dividendenrendite von knapp 3,7 Prozent, bei einem Payout-Ratio auch von 76 Prozent. Ja, das Unternehmen macht Nahrungsmittel, das Unternehmen macht Kosmetik, Körperpflegeprodukte, alles, was es so für den täglichen Bedarf gibt. Ist ein sehr krisensicheres Unternehmen. Es ist meiner Meinung nach auch der beste Konsumgüterhersteller, weil er auch in den Emerging Markets sehr stark aufgestellt ist, also in den Wachstumsländern. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn da eine hohe Inflation ist und ein starker Dollar, dass das Unternehmen sehr, sehr starken Gegenwind erfährt, was wir jetzt die letzten zwei Jahre gesehen haben. Aber es ist für mich der bestaufgestelltste Konsumgüterhersteller der Welt, weil er auch am besten in den Emerging Markets aufgestellt ist. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann können wir uns auch ein paar andere Unternehmen anschauen. Beim letzten Unternehmen, was ich euch vorstellen möchte, handelt es sich um einen amerikanischen Hersteller von allerlei Produkten, wie beispielsweise Post-its, aber auch Hochleistungsklebstoff, Lackiermittel, Glasschutzfolien. Vielleicht kann man es am ehesten vergleichen mit der deutschen Henkel. ist internationaler, aber breit aufgestellt. Das bekannteste Produkt von denen, 3M, sind die sogenannten Post-its. Die dürften alle von euch kennen und wir erhalten aktuell hier eine Dividendenrendite von 5,5% bei einem Payout Ratio von 0,83. Es ist ein bisschen ein zyklisches Unternehmen, aber wie wir hier am Dividendenchart sehen, das Unternehmen zahlt jetzt aktuell eine höhere Dividende als in der Subprime-Krise 2008, 2009. Bei zyklischen Unternehmen seht ihr da die Ausschläge nach oben und da ist es schon ein ganz gutes Zeichen. Wenn die Dividendenrendite bereits über den der letzten Crashs liegt, kann man hier auch mal anfangen, erste Positionen zu akkumulieren. Aber nochmal gesagt, es kann bei allen Unternehmen runtergehen, aber die Zeit ist wirklich gut. Ich würde jetzt die nächsten anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre nehmen, um hier eine Summe festzulegen, die ich investieren möchte, jeden Monat mit einem Sparplan rein und dann kann man auch davon profitieren. Das gilt natürlich nur, wenn ihr auch einen langen Anlagehorizont mitbringt. Wir haben uns nun sechs Dividendenwerte angeschaut, die ich aktuell persönlich spannend finde. Es gibt natürlich auch noch viele weitere, auch eine Rio Tinto aus dem Rohstoffbereich mit derzeit 10% Dividende oder auch eine Kasata Prom, ja, ein kasachischer Uranhersteller mit einer Dividendenrendite von aktuell, glaube ich, 8%. Aber das ist alles ein bisschen exotischer. Uran finde ich auch sehr spannend. Man muss natürlich bei Kasachstan gerade dieses Russland-Risiko berücksichtigen, ganz klar. Mir war einfach wichtig, hier Unternehmen vorzustellen, die, wie gesagt, ein einfaches, nachvollziehbares, Cashflow-generierendes Geschäftsmodell haben, die eine hohe Rendite erwirtschaften, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie Dividenden bezahlen können. Wer es sich hier einfach machen möchte, es gibt auch einen ETF der sogenannten Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die seit mehr als 25 Jahren Dividende bezahlen. Der braucht hier kein Stockpicking betreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mehr über meine Anlagestrategie erfahren möchtet, klickt auf den Link in der Beschreibung. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, euer Moritz Hessel. Und da sponsorship. Tärk